um so Tür öffnen Hallo Wo sind Sie? Sie sind doch hier Ich kann es fühlen Hallo? Ah Buja Nein da möchte ich nicht runter Ne da würde ich nur rutschen So wo geht's Achso Wie die Tür ist abgeschlossen Nein Die Tür hat nicht abgeschlossen zu sein Ähm Nein Da ist ein Glas Okay Das klappt auch nicht sonderlich Ich bezweifle dass der Sch... Ähm Setze mir das Blau Portal doch mal hier hin Ha Sehr schön Black Mesa Aperture Science A case generally reformed this operating system Ähm Naja so sonderlich gut ist es eigentlich nur hier am Rand zu lesen Black Mesa Was? For DOD Hahahaha Hahahaha Okay Netter Code Wie... Wie lang ist der? Widerholt sich der irgendwo? Ist auch egal nicht Ich komm hier weiter Genau Tür stand schon offen Okay Ich weiß jetzt nicht genau welcher Raum das ist Irgendein Raum eben Nein Die Tür hat nicht offen zu gehen zu wollen Zu 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 Hm Was ist denn hier schon wieder... Warum sehe ich einfach nicht wo es weiter geht? Was übersehe ich denn schon wieder? Gibt's um... Ich bin die erste beste Treppe rein... Vor allem Treppe Vor allem Treppe Ich bin die erste beste Möglichkeit gegangen wo ich hinkam Okay Ich weiß noch nicht was hier los ist aber die Geräusche machen mir Angst Da oben? Ah Da könnte sein dass ich da lang... ... ... ... ... ... Ähm Eigentlich wollte ich hier drauf aber... ... 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 ires ... Da kann ich eh nichts setzen. Oh, das bringt mir nichts. Achso, rüberschleuern, warum nicht? Genau, ich muss ja auch unbedingt da stehen bleiben. Auf der kleinsten Ecke, die ich finde, bleib ich natürlich stecken. Das bin wieder so typisch ich. So. Und runter. Schwupp! Nö. Sie werden... The cake is a lie, the cake is a lie, jetzt verstehe ich dich auch. Aber es war schon eine geile Aussage, sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Booyah! 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 Ich hab den Abzweig! Wo geht's hin? Hilfe! Und hier ging's. Fällt dir jetzt gleich ein Kubus runter? Okay, der Test ist vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Wird mir das nicht ein bisschen schwerfallen? Ähm. Ja. Da hatte ich noch keine zweite... Zweite Dings, oder? So. Kommen Sie zur Rückgabe. So. Wird mir das nicht ein bisschen schwerfallen? Ach so. Natürlich. Natürlich. Oh je, der Kuchen ist abgeschnitten. Ich hab gesagt, Sie sollen warten arbeiten, aber Sie wollten nicht. Es ist aber noch da, wenn Sie wegfallen. Ähm. Mh. Ja. Ja, ja. Ich glaub, ich bin grad viel zu still, kann das sein? Interessant. Interessant. Ich schau mich mal ein bisschen hier um. Lalala. Ja. So sieht das Ganze also von unten. Aus. Okay. Ich werde nicht zerquetscht. Aber sonderlich weiter hilft mir das jetzt auch noch nicht. Okay. Wie... Dahin. Und wie komm ich da drauf? Wie... So, ich möchte ja definitiv nicht von dir zerquetscht werden. Aber da ist keine Portalfläche. Komme ich etwa... Ähm. Portalfläche. Ah. Zeig mir das doch. So. Dann hab ich schon mal... Hier oben die Portalfläche. Du gehst raus. Wir gehen rüber. So. Sehr schön. Ah. Grelles Licht. Viel zu grelles Licht. Ähm. Und da kann ich eh nichts machen. Viel zu grelles Licht. Viel zu, viel zu, viel zu, viel zu grelles Licht. So. Dankeschön. Nein, das war... Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nein. Ich hab natürlich den falschen... Den, den. Vor allem den. Genau. So viel den. Also ich hab das orangene Portal gesetzt. So. Jetzt warte ich noch einmal bis die... Stampfe... Weil's... Die... Die Stanze... Aus... Kommt. Spring hier runter und bin... Nein. Ah. Ah, okay.